Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Dad Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, die Sonne scheint, die Solaranlage produziert ausreichend Strom für meinen Tesla. Es ist warm, es ist Frühling, die Blümlein blühen und die Vögel zwitschern und keiner denkt daran, dass wir vor wenigen Tagen noch einen der härtesten Winter tatsächlich hier hatten, den ich tatsächlich auch in meinem Leben bis jetzt hier in Konstanz erlebt habe. Und es war der erste harte Winter, den ich mit meinem Model 3 erlebt habe. Und deshalb dachte ich, vielleicht auch so zum Einstieg in die Frühlings-Sommersaison, damit ihr auch wisst, was euch nächsten Winter vielleicht erwarten könnte mit so einem Auto, fasse ich euch nochmal zusammen. Ich hatte nämlich tatsächlich einige Momente, wo ich dachte, man merkt schon, dass dieses Auto in Kalifornien entwickelt worden ist und nicht wie mein voriges Auto, der Volvo in Schweden, wo es häufiger mal kalt wird. Heute geht es also um meine Problemchen und Probleme, die ich in den letzten Wochen mit meinem Model 3 hatte, als es so richtig, richtig kalt wurde. Manches davon passiert einem vielleicht auch mit jedem anderen Auto, einiges davon ist sicherlich speziell für Elektroautos und manches vielleicht sogar ganz speziell für Teslas. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall immer geschätzt habe, die ich vorher nicht hatte, war, dass ich mein Auto vorheizen konnte und auch eine schöne Sitzheizung hatte, einen warmen Popo. Und wenn man mal im Auto drin war und die Straßen einigermaßen frei, war das Fahren mit meinem Auto auch komplett unproblematisch. Die Betonung liegt auf wenn. Denn wie ihr auf diesem Bild sehen könnt, hat es teilweise ganz schön geschneit und das Model 3 war teilweise kaum noch zu sehen. Und das hat zunächst mal dazu geführt, dass ich gar nicht erst reinkam, denn die spezielle Konstruktion der Griffe hat doch auch ihre Tücken. Da immer mal wieder auch Schmelzwasser vom Dach am Auto herunterlief und dann wieder anfrohr, gingen zum Beispiel die Griffe erst nach längerer Zeit auf. Da musste ich das Auto schon eine ganze Weile vorheizen, bis dann endlich auch dort die Wärme angekommen war und die Griffe sich öffnen ließen. Dann war das nächste Problem, dass es sich nicht mehr schließen ließ, weil dieser Verschluss hier auch eingefroren war. Das heißt, ich habe das Auto dann zwar aufgekriegt, aber es schloss nicht mehr. Da musste ich dann noch mal ein bisschen warten, bis auch das sich erholt hatte. Ich musste einmal relativ früh zum Flughafen und stand dann tatsächlich 20 Minuten draußen, bis ich endlich alle Türen auch wieder geschlossen hatte und losfahren konnte. Das betraf übrigens auch die Ladeklappe. Die eingefleischten Autofahrer von euch werden es mir verzeihen. Ich habe dann manchmal mit dem Schlüssel ein bisschen am Rand rumgekratzt, damit die Klappe dann auch öffnete, denn auch die war in der Kälte manchmal eingefroren. Auch die Außenspiegel waren übrigens davon betroffen und klappten manchmal bei bestimmten Temperaturen nicht mehr aus. Was natürlich ein Thema bei Elektroautos ist, ist, sie haben keinen Verbrennermotor vorne drin. Das heißt, es wird keine Wärme erzeugt, wenn das Auto fährt. Das, was ihr normalerweise kennt, ihr Fahrtan halt ein paar Kilometer und dann hat die Motorhaube sich erwärmt und auch der Rest des Autos so zunehmend sich erwärmt, das findet hier nicht statt. Das Auto bleibt selbst kalt. Das heißt, die Motorhaube taut auch nicht von alleine ab, wenn nicht die Sonne scheint. Auch zum Beispiel Wasser, was in die Scheibenwischeranlage gelaufen war oder Schnee, der dort hineingefallen war, ist nicht weggetaut. Die Scheibenwischer waren so nicht ohne weiteres zu bedienen. Ein besonderer Vorzug des Elektromotors ist ja auch die Rekuperation, also dass wieder Energie aufgenommen werden kann. Und gerade beim Model 3 ist die sehr stark. Also ich bin gewöhnt, dass wenn ich vom Gas gehe, alleine schon eine Bremswirkung durch die Rekuperation eintritt. Und ab einer bestimmten Kälte findet diese Rekuperation gar nicht mehr statt. Da muss man sich dann also dran gewöhnen, wenn man losfährt. Man muss tatsächlich die Bremse benutzen. Das ist ja auch gut für die Bremsscheiben. Aber durch die fehlende Rekuperation wird natürlich auch ein weiterer Effekt von Elektroautos im Winter verstärkt, nämlich natürlich weniger Reichweite. Insgesamt haben diese Sachen schon mal dazu geführt, dass im Winter so spontanes Losfahren, wie ich das von früheren Autos kannte, nicht mehr so einfach war. Denn ich musste immer schauen, habe ich überhaupt noch genug Strom? Kriege ich das Auto überhaupt auf? Und dann kam der nächste Punkt, denn es lag teilweise erheblicher Schnee. Nun habe ich ja ein Model 3 mit Heckantrieb. Also ich habe das Long Range mit Heckantrieb, das es eine Zeit lang mal gab. Und habe dummerweise auch noch einen Parkplatz, der an einem Hang liegt. Das seht ihr hier. Und ihr könnt euch vorstellen, oder vielleicht könnt ihr es euch nicht vorstellen, so schlimm sieht das gar nicht aus. Aber wenn ich aus dem Parkplatz ausgeparkt bin und nicht sofort den Schwung genommen habe, um den Berg hochzukommen, bin ich manchmal einfach nicht mehr weggekommen. Da musste ich dann Fußmatten drunter legen, mir mussten Leute helfen, ich musste den Schnee wegschippen. Mit dem Heckantrieb war ich an diesem Hang teilweise wirklich verloren und habe zweimal eine halbe Stunde alleine nur gebraucht, um das Auto flott zu kriegen. Das kannte ich früher so auch nicht. Es gibt ja den Schlupfstart im Tesla, der eben dieses schnelle Durchdrehen der Räder eigentlich verhindern soll. Aber auch damit war es tatsächlich nicht so einfach. Also ich musste doch mit viel können und teilweise auch wagemutig, auch dann später beim wieder Einparken in die Parklücke am Hang, schauen, dass ich bloß nicht hängen bleibe mit Schwung, auch wenn es dann teilweise weggerutscht ist zur Seite, gucken, dass ich da irgendwie reinkomme. Ja, das war ein abenteuerlicher Teil in meinem Wintererlebnis mit dem Model 3. Und dann habe ich teilweise im Winter Geräusche gehört, die mich etwas besorgt haben, weil ich sie nicht kannte. Und zwar zum einen Geräusche, die sich, glaube ich, relativ leicht erklären lassen. Denn wenn Wasser hier oben in diese umlaufenden Spalte beim Glasdach eindringen und dann einfrieren, dann machen die bei jeder Bewegung des Autos Knack und Knarze und Krachgeräusche, dass man denkt, man hat gleich dieses Glasdach auf dem Kopf. Das sind also klar erklärbare Geräusche. Was ich interessanter fand, war zum Beispiel bei einer Fahrt durch den Schwarzwald oder eine Fahrt mit großen Höhenunterschieden, hatte ich regelmäßig ein lautes Krachen im Unterboden, das ich so auch nicht kannte. Ich bin ja auch schon mal im Sommer auf Berge gefahren, da hatte ich das nicht. Also offensichtlich verstärken sich solche bestimmten Effekte im Winter. Ich vermute, dass sich durch die Erwärmung der Batterie, da was ausdeht, zusammenzieht, Bleche, dann anfangen zu knacken, zu krachen. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ich da richtig liege damit, dass es sich da eben um kältebedingte Temperaturschwankungen und entsprechend Ausdehnung und Zusammenziehen dieses Blechs da unten handelt. Eine Sache, die bei mir auch mal böse geendet ist, sozusagen war, die Kofferraumklappe hat ihre Tücken und das merkt man vor allem im Winter. Es war ja schon immer mal wieder durch die Presse gegangen, dass wir da diese Heckklappe haben, wo der Regen dann in den Kofferraum reinläuft. Das wurde aber teilweise behoben. Wenn es nun aber wirklich schneit, dann haben wir wirklich dieses Problem gehabt, dass der Schnee, der auf dem Dach lag, schön reingerutscht ist, wenn man die Kofferraumklappe aufgemacht hat, sofort schön reingerutscht ist in den Kofferraum und dann hattest du Schnee im Kofferraum, wo er nicht sein sollte. Das hat bei mir dann einmal dazu geführt, dadurch, dass ich dann so eine Einkaufskiste hinten reingestellt habe und nicht ganz gemerkt habe, dass es da immer noch nass war, die war dann durchgeweicht und das sah dann so aus, als ich den Einkauf dann ins Haus tragen wollte. Ja, und dann gab es noch eine Sache, die hatte ich tatsächlich nicht so auf dem Schirm, denn bei der Kälte kam es immer mal wieder vor, dass der Autopilot nicht funktioniert hat. Und es hieß immer, die Frontkamera sei geblendet oder verschmutzt oder so irgendwas. Und es hat eine Weile gedauert und ich habe auch nachgelesen und Videos geschaut, bis ich festgestellt habe, woran es liegt. Da vorne, dieser Kasten, in der die Frontkamera drin ist, war durch die Temperaturunterschiede offensichtlich von innen beschlagen. Das heißt, mein Auto hat einfach nach vorne nichts mehr gesehen und deswegen den Autopiloten verweigert. Ich konnte dem Abhilfe schaffen, dann, als ich es rausgekriegt hatte, indem ich die Frontscheibenheizung auf volle Pulle gedreht habe und dann sozusagen dadurch dieses beschlagene Innen verdunstet ist im Laufe der Zeit und dann kam nach einer Weile auch wieder der Autopilot als Möglichkeit dazu. Ja, so ging es mir im Winter. Ich hatte eigentlich eine Garage zum Drüberlegen über dieses Auto. Ich habe nur tatsächlich nicht daran gedacht. Ich wusste zwar, dass ein Winter kommt, ich wusste nicht, dass er so kommt und ich hätte wahrscheinlich einfach nur an den fünf Tagen da meine schöne Garage drüberlegen müssen, dann wäre vieles davon nicht passiert. Oder ich hätte mir das Video anschauen müssen, das ich selbst mit Owe letztes Jahr gedreht habe. Da hat er nämlich mein Auto für den Winter fit gemacht. Wenn ihr das nochmal schauen wollt für das nächste Jahr, dann findet ihr das da oben. Ich schaue es mir, glaube ich, auch selber nochmal an, bevor dann der nächste Winter kommt. Jetzt freuen wir uns erstmal auf den Frühling und den Sommer. Kommentiert unten gerne, wie es euch mit euren Autos im Winter gegangen ist. Lasst mir bitte ein Like und ein Abo da auf meinem Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Lisa Dad. Bis dahin, euer Lisa Dad.